Willkommen bei Backstage mit Strelle, dem Podcast zu den Künsten und Kulturen Österreichs. Mit Daniel Götzinger entdecken wir die Antriebe und Inspirationen hinter den Kulissen und dem Glanz der Bühnen. In dieser Episode begrüßen wir Martin Zniever. Ein herzliches Willkommen, der Martin Zniever, heute bei uns zu Gast, bei Backstage mit Strelle. Stell dir am besten einmal vor. Ja, hallo, ich bin der Martin. Hallo Martin. Ich komme aus Graz, bin in der Lichtbranche oder in der Veranstaltungstechnikbranche schon sehr lange tätig, jetzt in Summe seit guten 20 Jahren und arbeite bei der Firma PreWorks im Vertrieb und bin zuständig für die Beratung und die entsprechende Ausstattung unserer Kunden im lichttechnischen Bereich. Spitze. Wo ist PreWorks daheim? Örtlich gesehen. Örtlich gesehen, ja genau. Wir sind aus der Steiermark. Wir sind in Steins zu Hause, haben in Steins unsere Zentrale in der Weingegend sozusagen, was eigentlich ganz nett ist und haben aber einen Standort auch in Wien, wo eigentlich sozusagen der Vertrieb hauptsächlich beheimatet ist. Und du als Vertriebler hast dann quasi der Homebase in Wien? Ich habe mein Homebase in Graz. In Graz? Okay. Ich bin der Einzige, also in Steins eigentlich, bin der Einzige, der in Steins beheimatet ist und kümmere mich hauptsächlich um den steirischen und um den Kärntner Bereich und die Kollegen, die in Wien zu Hause sind, kümmern sich um den oberen österreichischen Bereich, also von Burgenland bis rüber Salzburg, Innsbruck, also Tirol, Vorarlberg, genau. Was vertreibt ihr? Ja, wir vertreiben vor allem qualitativ hochwertige Beleuchtungstechnik verschiedener Hersteller, zum Beispiel ETC, also Electronic Theater Controls oder eben auch SGM, JB Lighting, Cameo Professional, Astera im Filmbereich gerade interessant. Das sind so unsere Steckenpferde, die wir haben und vertreiben. Und wo vertreibt ihr? Vertreibt ihr jetzt in Österreich oder in Europa? Genau, nein, in Österreich. Wir sind zuständig eben für das österreichische Gebiet bei den Marken, die wir eben betreuen. Ihr wart aber vorher in Europa tätig. Österreich, Deutschland, Schweiz. Also den Dachraum haben wir vorher abgedeckt für die Marke H1 Systems, haben aber da ein bisschen reduziert und sind jetzt fokussiert auf den österreichischen Raum, um unseren Kunden dort noch besser beraten und abholen zu können. Das heißt, das hat einen strategischen Hintergrund gehabt? Genau. Was ist jetzt besser, dadurch, dass ihr Regionaler seid? Ich glaube, das Regionale hat vor allem den Vorteil für unsere Kunden, dass wir noch besser erreichbar sind wie vorher, noch besser verfügbar sind in der Gegend. Vorher war es halt doch sehr verstreut und jetzt können wir uns einfach besser auf unsere Kernkompetenz auf den österreichischen Markt fokussieren und konzentrieren. Du musst ja relativ viel Know-how mitbringen und Know-how kriegt man ja nicht einfach nur auf dem Papier, sondern das heißt, du musst mir ja was gemacht haben dafür vorher. Was hast du vorher gemacht, dass du so einen Beruf heute erreichst? Ich bin eigentlich auch Quereinsteiger in der Branche. Ich bin gelernter EDV-Techniker, habe mir irgendwann einmal gedacht, dass das ganz interessant wäre, habe aber relativ schnell festgestellt, dass wir das den ganzen Tag im Büro sitzen und sich nur um Computer zu kümmern, relativ schnell zu langweilig geworden ist und habe dann als Stagehand, wahrscheinlich so wie jeder, angefangen bei diversen Veranstaltungen LKWs ein- und auszuladen und Equipment auf- und abzubauen, wie das jeder macht im Prinzip. Also es gibt ja fast niemanden, der da anders drauf ist. Veranstaltungstechnikerlehre gab es damals noch nicht. Das wäre mein Hauptberuf gewesen. Das hat es zu meinem Zeitpunkt nicht gegeben. Ja, hat es bei mir auch nicht gegeben. Das heißt, was Technisches wollte ich machen. Die Auswahl war nicht so riesig. Deswegen ist es halt die IT geworden und der EDV-Techniker geworden, genau. Und bin eigentlich damit auch nicht unglücklich gewesen bis zu einer Zeit. Dann habe ich eben als Stage-Techniker oder als Stagehand angefangen, wie gerade gesagt. Und irgendwann, ich glaube nach zwei Jahren oder so oder nach eineinhalb Jahren als Stagehand, habe ich dann mal mit einem Verleiher gesprochen und gefragt, wie es ausschaut. Also ich würde halt gerne vielleicht mein Wissen erweitern und ein bisschen mehr in den Techniker-Bereich gehen. Und habe das dann auch gemacht und war dann relativ lange als Freelancer unterwegs, als Systemtechniker und als Operator und Designer. Bis zum Jahr 2012. Und 2012 habe ich mich dann entschieden, Österreich für eine Zeit zu verlassen und war dann bei AIDA Cruises. Cool. Das heißt, du warst am Schiff unterwegs? Genau, genau. War von 2012 bis Ende 2018 eigentlich durchgängig auf Schiffen unterwegs. Die ersten paar Jahre als Operator, als Lichtoperator im Schiffseigenen Theater. Das sehr, sehr aufwendig und tatsächlich sehr, sehr groß ist. Wie groß ist sowas für ein Schiff? Kann man sich vorstellen. Die Portalbreite ungefähr sind zehn Meter. Also es ist schon keine ganz kleine Bühne. So ein Konzerthaus-Klagenfurt-Größe quasi? Ungefähr. Es ist ein bisschen anders angeordnet. Es ist die Tiefe und die Seitenbühnen und so, das hat man natürlich nicht, wie man es aus einem klassischen Theater an Land kennt. Aber es ist schon eine sehr moderne Musicalbühne, sage ich mal, mit allen möglichen technischen Fnissen. Wie ist es sonst da? Genau, wie ist es ja ein Land. Und mit Strom und so gibt es da keine Probleme? Nein. Der ist schön sauber und... Der kommt vom Generator und ist wahrscheinlich sauberer, wie viel Landstrom, weil es einfach den ganzen Tag überprüft wird. Da gibt es ein eigenes Department am Schiff, die sich nur darum um die Stromversorgung kümmert, das E-Department. Und die würden sofort merken, wenn da irgendwas nicht passt. Also mit dem Strom haben wir da keine Probleme. Wie ist das am Schiff, wenn wir da... Wir müssen ja sechs oder sieben Jahre gewesen sein. Ja. Hast du da... Wer spielt da so ein Schiff? Ist das immer die fixe Crew? Ja, du hast einen Cast, also Musicaldarsteller. Ja. Die werden gecastet, wie für jede andere Musicalgeschichte an Land auch. Ja. Und haben dann Verträge über, im Normalfall sechs Monate. Mhm. Oder der Vertrag geht über acht Monate. Davon sind sie vier Wochen zur Einstudierung in Hamburg und die restliche Zeit dann am Schiff und spielen ihr Showprogramm. Und so ein Cast besteht aus sechs Solisten, also sechs Sängern, dreimal männlich, dreimal weiblich und acht Tänzern, viermal männlich, viermal weiblich und Artisten, drei Artisten und Schauspielern. Und die spielen ein Stück? Nein. Nein, die spielen mehr als... Weil ich denke gerade, wie lange reist man auf so ein Schiff? Im Normalfall sage ich jetzt einmal, der Durchschnitt ist zwischen sieben und vierzehn Tage. Dauert eine Reise und dementsprechend viele Shows braucht man natürlich auch. Also im Normalfall studiert hat jeder Cast zwischen zehn und 15 Shows drauf. Und dementsprechend flexibel muss ja die Technik sein. Genau so ist es. Also ihr habt ja dann eigentlich von der Lichttechnik dort ja alle möglichen Facetten dann abgedeckt, damit ihr die Show wahrscheinlich einfach mit Anklick umbauen könnt. Genau so ist es. Umhängen wird da ja keiner was machen. Nein. Es wird weder umgehängt noch sonst was. Es gibt statisches Licht, das fest geleuchtet ist für diverse Bühnenabschnitte und Positionen. Upstage, Downstage, Left, Right, Center, wie man das so klassisch kennt. Und der Rest wird alles mit Moving Lights gemacht, weil wir auch pro Abend verschiedene Shows spielen. Also es ist dann meistens so, dass du um 19 Uhr eine Show hast, um 20 Uhr dann ein Zwischenprogramm mit einer Talkshow oder mit einer Fernsehtalkshow, die im Theater aufgezeichnet wird und dann um 21 Uhr eine andere Show zum Beispiel. Also so ein Showabend kann über drei verschiedene Programme gehen mit jeweils sehr kurzen Changeover-Zeiten und da ist natürlich die Flexibilität in der Technik gefragt. Wahnsinn. Das sieben Jahre lang quasi hast du gemacht. Genau. Drei Jahre, dreieinhalb Jahre kann man sagen, die erste Hälfte als Operator und die zweite Hälfte dann als technischer Leiter. Auf was für einem Pult hast du da gearbeitet? Was ist da so installiert? Auf AIDA flottenweit Grandema. Grandema. Okay. Du bist aber, was ich mitgekriegt habe, bei Roadhog. Grundsätzlich, wir vertreiben die Hawk natürlich, wir vertreiben auch andere Pulte, eben ETC-Pulte, Apex und so weiter und so fort. Damals einfach, ich musste damals auch die MA lernen, wie ich bei AIDA angefangen habe, weil ich eben aus der Hawk-Ecke kam, mich dann dort beworben habe, den Job bekommen habe, von Anfang an klar war, okay, dort steht ein Grandema, damals noch eine Grandema 1, Full Size. Auf dem ersten Schiff, dem ich war, es war damals die AIDA Aura, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, die ist verkauft schon lang. Okay. Dort angefangen und habe mir dann 14 Tage, bevor ich bei AIDA angefahren habe, habe ich mir bei einem Verleiher in Graz eine Grandema ausgeliehen, mir zu Hause hingestellt und es waren gar keine 14 Tage, weil ich hatte ja eh nicht so viel Zeit, mich jeden Tag zu beschäftigen, aber habe mir dann einfach, ich sage jetzt einmal, die wichtigsten Basics, so dass ich nicht da stehe, wie der Ochs vor dem Berg, so, habe ich mir dann die wichtigsten Basics raufgeschafft in ein paar Tagen. Es ist ja wahrscheinlich ein relativ fixes Setup dort schon gestanden. Genau. Du hast wahrscheinlich gar nicht viel was selbst erfinden müssen, sondern eher nur bedienen. 95 Prozent ist wirklich auf dem Schiff Operating, denn auch die Shows dort werden von einem Kreativteam, also gleich wie ein Land, wenn irgendwo eine Musicalproduktion hingeht, wird, wenn eine neue Show kommt, die von einem Kreativteam komplett eingerichtet designt, programmiert und dann an die operierende Crew an Bord übergeben. Das macht man nicht nur vor Ort, sondern das ist quasi komplett outgesourct. Und die kommen dann, richten das ein. Genau. Da kommen dann für eine Woche oder was Designer, Choreografen, Programmierer, Tondesigner, wie man das wirklich an Land von einem Kreativteam kennt, kommen an Bord. Ist aber nicht so Netflix-mäßig schon woanders komplett durchproduziert und da nur nicht mehr mit einem USB-Stick gebracht, sondern die passen das vor Ort so richtig an. Genau, es gibt schon vorprogrammierte Sachen, aber es wird dann vor Ort natürlich immer an die Gegebenheiten angepasst und natürlich auch in einer Einstudierungsphase, die bei einer neuen Show auch an Bord noch stattfindet mit dem ganzen Einrichten, ändern sich ja auch Dinge. Der Choreograf ändert was. Es wird im Ablauf ein bisschen noch fein justiert und geschaut, dass das Ganze wirklich ein rundes Produkt wird. Und da muss man ja sagen, war ich da immer Vorreiter im Entertainment auf Kreuzfahrtschiffen. Also das Höchstklassige, was man so finden kann. Mittlerweile haben sehr viele andere Kreuzvertreter rein nachgezogen, weil es natürlich ein Verkaufsargument ist, das Entertainment an Bord. Du kannst nur am Schiff entertaint werden. Genau so ist es und je hochqualitativer das ist, je besser kann man das natürlich auch vermarkten. Und der AIDA war dort tatsächlich immer sehr gut und war dort eben beschäftigt. Ich war dort bis 2018 und 2018 bin ich dann zurück nach Österreich. Und dann direkt zu Preworks oder wie war das? Ich war dann danach ganz kurz bei einem Verleiher als technischer Leiter und habe mich dort um die Abwicklung von diversen kleinen bis größeren Veranstaltungen gekümmert und relativ rasch, nachdem ich aber zurück war, bin ich in Kontakt gekommen mit meinem jetzigen Chef auch, mit dem Andreas Rheinbacher. Und wir haben uns dann sehr schnell geeinigt, war dann eben auch von 2018 bis zu Anfangszeit Corona bei Preworks im technischen Support und habe mich vor allem in der Werkstatt um die Organisation und um die Reparatur von Dingen gekümmert, zusammen mit den entsprechenden Kollegen eben. Habe dann nochmal einen kurzen Exkurs zu einem Veranstalter gemacht für ein Jahr ungefähr und bin dann wieder zurück zu Preworks, aber eben in den technischen Vertrieb und ein bisschen weg vom technischen Support und eher draußen beim Kunden sein und unterwegs sein und bei den Leuten sein. Weil am Ende vom Tag ist das das, was mir Spaß macht. Also ich bin nicht der, der den ganzen Tag in der Werkstatt sitzt. Ich bin gern unterwegs, bin gern draußen, bin gern bei Leuten, bin gern auf Veranstaltungen, in Theatern. Da fühle ich mich wohl. Auf der Bühne. Also hinter der Bühne. Backstage-Mustrader. Genau, genau so ist es. Aber das heißt, ich höre schon raus, ihr seid jetzt nicht nur ein Vertrieb, der jetzt etwas einkauft und dem Kunden das dann in die Hand gibt als Werkzeug, sondern da steckt noch viel mehr dahinter. Genau, genau. Also wir bemühen uns natürlich schon, die entsprechenden Wünsche des Kunden auch zu lesen, zuzuhören und zu erfüllen. Natürlich kann man Lampen einfach nur, wir sagen, Kartons verschieben und von A nach B verfrachten. Aber bei uns vor allem ist der Hauptaugenmerk auf Aftersales. Also natürlich, wir verkaufen ein Produkt, aber bemühen uns dann auch sehr durch unsere eigene Servicewerkstatt in Steins, die sehr gut aufgestellt ist für alle Marken, die wir betreuen. Ist natürlich Aftersales ein ganz großes Kriterium, den Kunden auch danach zu betreuen, bei Problemen weiterzuhelfen. Wir verkaufen sehr hochqualitative Sachen, aber überall, wo Technik läuft, kommen Probleme vor, es treten Fehler auf, es können Dinge kaputt gehen, das passiert. Und da sehen wir unsere große Stärke, da dann auch danach anzugreifen, den Kunden zu unterstützen, schnelle Ersatzteilverfügbarkeit, schnelle Problemlösungen, erreichbar zu sein und so weiter. Weil hier kriegt man auch die Ersatzteile und das Ding weiter in den Karton gesteckt und dann weitergeschickt, sondern ich mache das vor Ort. Ja. Ich sage, in 95 bis 99 Prozent der Fälle machen wir es fort. Es gibt Dinge, die können wir nicht vor Ort machen, weil das einfach zu sehr in die Tiefe geht, wo wir entweder die technischen Geräte dafür gar nicht haben, weil das nur der Hersteller machen darf oder kann oder will. Dann müssen wir es auch weiterschicken. Aber ich sage, in 95 Prozent der Fälle können wir die Probleme selbst lösen. Aber dann müsste er ja ein zertifizierter Betrieb sein, der diese Geräte ja öffnen darf und wieder schließen. Dann sagt er, die kriegt ja Ausbildungen. Genau. Wenn er ein neues Gerät hat, dann kommt dann, sind Sie wahrscheinlich die Ersten, die haben überhaupt eingeschuld, wenn er das Gerät und wie man das repariert. Genau. Und dann habt ihr ein richtiges Lager, wo die Ersatzteile auch drin sind. Genau. Genau so ist es. Wir haben in Steins eine relativ große Halle. Da ist eben Werkstatt und Lager untergebracht und auch die Qualitätssicherung. Das heißt auch, nicht bei allen Scheinwerfern, aber bei sehr vielen Scheinwerfern machen wir es so, dass wir die Lampen auch bei uns im Haus überprüfen, bevor sie zugestellt werden. Das heißt, der Hersteller sendet die Lampen zu uns, werden bei uns ausgepackt, werden angeschaut, Software-Versionen kontrolliert, geschaut, ob alles funktioniert, in Fällen auch kalibriert, wenn erforderlich und dann gehen sie erst an den Kunden. Das ist ja ein riesen Testcenter eigentlich. Man stellt sich das größer vor, wie es dann tatsächlich ist. Das klingt jetzt alles sehr industriell und so ein Ding. Am Ende vom Tag sind die Menschen, die das machen und auch die, die sich darauf einstellen und das alles. Natürlich in einem professionellen Umfeld, das muss auch gegeben sein, aber es ist jetzt nicht Industrie 4.0, wie das vielleicht klingen mag. Es passiert schon noch sehr viel in der Hand. Super, cool. Wenn man jetzt da reingeht, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Bei PreWorks gesamt, ich muss da jetzt kurz durchzählen. Also im Büro sind es fünf Leute, fünf, genau, und Vertrieb und Service nochmal acht in Summe. So überschaubar. Ja, genau. Wir haben ja noch eine zweite Firma sozusagen, die Firma Smart Arena, also eine Marke von PreWorks, die Selbstlichtlampen herstellt, also im Flutlichtbereich, im Stadion- und Flutlichtbereich, heißt Smart Arena. Da gibt es dann ungefähr nochmal so viele Menschen, das gehört zusammen, aber im Entertainment-Bereich, also Moving Lights, Filmlicht und so weiter und so fort, die zehn Personen. Du warst sicher auf der Messe in Frankfurt. Was habt ihr Neues ausgestellt? Wir waren als Gäste. Ihr wart als Gäste? Wir hatten keinen eigenen Stand, aber natürlich unsere Hersteller hatten die Stände dort und wir haben uns an den Ständen unserer Hersteller mit unseren Kunden getroffen und haben natürlich auch versucht, die Stände abzuklappern, zu schauen, was gibt es auch Neues, wohin geht die Entwicklung, was passiert, welche Produkte haben die Konkurrenz, also natürlich oder ein Mitbewerb, um es schön zu sagen. Was habe ich versammt? Gute Frage. Laser-Engines tatsächlich. Laser-Engines? Laser-Engines, genau. Also da geht jetzt, glaube ich, die Reise hin. Viele Hersteller setzen jetzt schon darauf, es gibt jetzt ein paar neue Dinge, ist ganz interessant anzuschauen, ist natürlich ganz ein anderer Bunch im Beam, ganz ein anderer Druck. Laser-Engines im Moving Head drin, so wie bei den Beamer. So ähnlich, genau. Es läuft alles noch mit Gobos. Genau, Laser-Phosphor-Engines. Mechanisch ist noch alles gleich, aber die Lampe ändert sich jetzt quasi. Genau, das sind halt LED-Leuchtmittel meistens. Also es ist jetzt gerade so dieser Umschwung, oder die Leute stehen so gerade vor der Frage, ist subtraktives Farb mischen oder additives Farb mischen? Wo ist der Unterschied? Das ist irgendwie ein großes Thema. Subtraktiv ist so das klassische Farbmisch-System, wie man es auch von Moving Lights von früher mit Entladungslampen kennt. Okay. Das heißt, ich habe eine weiße Lichtquelle und durchs Einfahren von Filtern subtrahiere ich Frequenzen und... Bleibt dann leider etwas übrig. Genau, es bleibt blau. Genau, so ist es, weil der Rest weg ist. Und additives heißt, ich habe keine weiße Lichtquelle, sondern ich habe eine Multikolor-Lichtquelle, wie zum Beispiel 6-Farb RGB ALC, also Rot, Grün, Blau, Ember, Lime und Zyan, wo ich ein sehr großes Spektrum an Farbe mischen kann. Das heißt, ich habe keine Weißlichtquelle, wo mir Filter vorfahren und das Licht dunkler machen, sondern es ist genau umgekehrt. Möchte ich. Heller. Genau. Es wird, je nachdem ich die Farb mische, natürlich heller. Ich habe andere Nuancen. Ich muss nicht mehr mit Filtern arbeiten. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also da scheiden sich auch gerade momentan ein bisschen die Geister, denn es ist so, dass die einen sagen, na, für mich ist der klassische Anwendungsbereich subtraktiv, weil mir ist lieber, ich benutze mein CMY und meine CTO-Korrektur so, wie ich es die letzten 20 Jahre auch gemacht habe und das Additive erfordert dann ein bisschen Umdenken, weil ich einfach nicht mehr diesen mechanischen Filter habe, die ich hineinfahre, sondern die Farbmischung komplett in der Engine basiert. Hat Vorteile, nämlich ich kann natürlich diverse Farbtöne viel echter, viel besser wiedergeben wie mit einem weißen Licht, indem ich einen Filter vorfahre. Das heißt, ich bin oft deutlich stufenloser unterwegs im CTO-Bereich. Ich kann auch sagen, ich hätte gerne eine Ausgangsbasis, dass ich immer mit 3200 Kelvin beginne und von dort weg meine Farben mische. Das geht natürlich bei einem subtraktiven System nicht. Das geht nur bei einem additiven System. Dafür ist das Subtraktive gerade im Weißlicht mit ein bisschen mehr Punch und ein bisschen mehr Druck und ein bisschen da ein bisschen anders unterwegs. Also es ist immer ein Anwendungsfall, aber es geht jetzt so mit den additiven Engines im Hochleistungsbereich geht es jetzt gerade los und da sprechen wir von, also bei einer Engine jenseits der 1000 Watt. Unglaublich. Teilweise, also 1200 Watt RGB ALC Engines und so ist alles heutzutage drinnen. Cool. Ich habe ein bisschen auf TikTok und auf Instagram verfolgt, was draußen passiert ist. Und da ist mir eins aufgefallen, nämlich habe ich gesehen, diese uralten Lampen, da gibt es einen Hersteller, ich weiß nicht, ob du den Stand gesehen hast, da gibt es einen uralten Hersteller, der hat die Leuchtmittel getauscht gegen LED-Leuchtmittel. Die haben irgendwie einen Weg gefunden, um in die alten Ariescheinwerfer, die eh noch überall hängen, LED-Leuchtmittel reinzutun. Und das ist eigentlich eine coole Verwertung, das ist ein guter Fundwinz. Genau, gibt das, habe ich auch schon, also es gibt mehrere Hersteller, die diese Umrüstkits für Oldschool-Halogen-Lampen sozusagen haben, um die in die Zukunft zu bringen und irgendwie zukunftsfähiger zu machen. Es ist ja natürlich auch Stromverbrauchshintergrund und so weiter und so fort. Das Thema wird ja immer mehr. Weniger Strom verbrauchen, grün sein, so gut es geht irgendwie, deswegen gehen die Leute von Halogen weg und versuchen natürlich, das durch LED zu ersetzen. Wenn du jetzt natürlich hochqualitative Halogenscheinwerfer hast, ich nenne jetzt als Beispiel aus unserem Mikrokosmos so, ETC Source 4 Profiler, der Klassiker unter den Theaterscheinwerfern, da gibt es auch von ETC zum Beispiel Umrüstsätze, da baue ich das Heck der Lampe ab, mache ein anderes Heck drauf und habe dann da ein LED-Leuchtmittel an den DMX-Input und stecke die Lampen einfach nur mehr an den Fixstrom, ID-Mix-Carry rein und los geht's. Hat die Bauform seinerzeit, die man jetzt quasi damit adaptiert und upgradet, so einen technischen Vorteil gegenüber anderen Lampen oder geht es da eigentlich nur darum, dass der Invest statt in neue Lampen mit einem Upgrade-Kit günstiger ist? Genau. Also meistens ist es natürlich so, dass wenn ich bestehende Lampen habe, gerade in diesem hochpreisigen Segment wie ETC Source 4 Profiler, die ja weltweit einer der meistverkauften Theaterscheinwerfer ist, sage ich jetzt mal so, ist vielleicht nicht der, aber es ist sicher vorne dabei, auf jeden Fall. Und der Tubus, die Linsen, alles, was vor der eigentlichen Leuchteinheit oder des Leuchtmittels sitzt, ist natürlich auch sehr hochpreisig und sehr teuer. Und die Qualität ist natürlich gut. Wenn ich jetzt hergehen muss und das ganze Gerät austausche gegen ein anderes, dann gebe ich natürlich sehr viel Geld aus, das eigentlich nicht nötig ist. Denn meine Optik und alles, was vor dem Brenner sitzt, ich bekomme ja nichts Besseres. Ich habe mir gerade gedacht, wo ich die Frage gestellt habe, in Wahrheit, du hast ja vor einer Linsen drinnen, bei Fresnel genauso, das ändert sich ja nicht. Genau. Das ist ja, im Prinzip ändert sich ja wirklich nur das Leuchtmittel hinten. Genau. Und deswegen, gerade bei diesem, im hochpreisigen Segment ist das natürlich eine interessante Sache. Es gibt natürlich auch fertige Profiler mit der LED-Lichtquelle mittlerweile gang und gäbe. Also es ist eher der Standard wie Halogen. Im Neubereich wird Halogen gar nicht mehr verkauft. Wir sind da raus. Also wir haben da überhaupt gar nicht mehr angeboten. Nein, eigentlich nicht. Kriegst du wahrscheinlich EU-Gesetz und so weiter mit Verbrauch und Klassen und Co. Es ist alles... Und das macht auch heutzutage überhaupt keinen Sinn mehr. Also allein Erhaltungskosten, Maintenance-Kosten, Stromkosten, es ist einfach alles was anderes. Ich überlege einmal, heutzutage in einem Haus, in einem normalen Stadttheater, Standardgröße, wo du im Jahr, ich sage einmal, keine Ahnung, 200 bis 250 Veranstaltungstage vielleicht hast. Also relativ gut bespieltes Haus. Allein, was da der Stromverbrauch ist im Vergleich zu LED-Fixtures und natürlich auch die Wartung, denn ich muss sicher mindestens zweimal im Jahr, eher vielleicht dreimal im Jahr bei der Veranstaltungszahl neue Brenner für Halogen-Scheinwerfer kaufen. Das kostet alles eine Lawine an Geld. Das ist alles massiv Müll, den ich produziere und wegwirfe. Das fällt natürlich bei LED alles weg und da kann sich bei einem Stadttheater so eine Investition innerhalb von wenigen Jahren amortisieren, denn die Unterschiede da teilweise so enorm sind, gerade im Stromverbrauch, die Wartung, die mir wegfällt, das Verbrauchsmaterial, eben die Brenner, die ich nicht mehr kaufen muss. Das amortisiert sich schnell. Ja, sehr, also sehr, sehr, sehr schnell. Noch dazu gibt es natürlich auch von Förderungen diverse, es gibt ja klimafitte Kulturbetriebe und so weiter und so fort, wo der Staat bzw. entsprechend das Land, je nachdem welche Förderung das ist, auch gut Geld zuschießt und man da natürlich dann sehr, sehr angenehm und sehr kostengünstig seine Technik erneuern kann, sage ich mal, um da einfach auch grüner zu werden, weniger Müll zu produzieren, weniger Strom zu verbrauchen und so weiter und so fort. Und trotzdem eine Qualität zu bieten, die einen Designer nicht einschränkt, weil viele Lichtdesigner, gerade im Theater-Opern-Bereich natürlich immer noch sehr an Halogen hängen. Was hat Halogen für Vorteile? Naja, Vorteile, es ist halt eine saubere Farbtemperatur, ich habe immer meine saubere Farbwiedergabe, ich habe da keine Probleme damit, was natürlich bei LEDs durchaus sein kann. Bei 3200 Kelvin, wenn ich LED-Lampen nehme und die jetzt nicht kalibriert, nicht wirklich blöd günstigere Lampen sind, dann kann mir schon passieren, dass ich im unteren Team-Segment unterschiedliches Farbansprechen habe. Das sind natürlich alles Punkte, die gehen natürlich in einem Theater nicht, das darf nicht passieren. Das heißt, man braucht schon sehr viel Technologie und Know-how und sehr viel Tüftelei, um Multicolor-Engines so hinzubringen, dass die auch im Weißlichtbereich eine gute Qualität bieten, sauber abbilden, sauber an- und ausdimmern. Auch wenn man, keine Ahnung, von 0 bis 5 Prozent in 30 Sekunden dimmt, muss das homogen und sauber sein. Und genau das ist auch die Kunst, einen Halogen-Scheinwerfer zu ersetzen. Eben dieses Dimmverhalten, wie der Scheinwerfer produziert, die Lichtqualität, ist da gerade im Theaterbereich und im TV-Bereich ganz ein großes Thema. Aber eine der großen Herausforderungen ist es sicher, dem gerecht zu werden, was der Techniker sich erwartet, zu kriegen, weil er sich gewohnt ist. Ich glaube, dass viele Dinge nur Gewohnheitssache sein, wie ein Ansprechverhalten vom Dimmeln und so weiter, das würde wahrscheinlich der Zuschauer im Theater, der drin sitzt, gar nicht so wahrnehmen oder täuscht es. Hat das einen ästhetisch tatsächlich wichtigen Punkt? Ich glaube, mal so, mal so. Also ich glaube, nicht jedes Problem wird von jedem wahrgenommen, vor allem im Publikumsbereich nicht. Aber Designer, gerade im Theater- oder im TV-Bereich oder auch im Rock'n'Roll-Bereich, die schauen sich ja eine Szene beim Programmieren wahrscheinlich 30 Mal an. Dem fällt sehr viel auf dabei. Und natürlich möchtest du als Designer deinem Kunden ein 100% perfektes Produkt abliefern, weil am Ende vom Tag ist ein Lichtdesign auch ein Produkt, das der Designer an seinen Klienten verkauft. Egal, ob es eine Oper, ein Rockkonzert oder ein Musical oder eine Fernsehshow ist. Und wenn es da um diese Nuancen geht, das heißt, wenn wir, keine Ahnung, bei den Salzburger Festspielen, bei einem Jedermann jetzt reden und da dimmt eine LED-Lampe eben in 30 Sekunden von 0 auf 10%, dann ist es dem Designer schon wichtig, dass alle farblichen LEDs exakt gleich an dimmern und ich von dem ersten Moment, wo ich das Licht auf der Bühne wahrnehme, eine durchgängige Farbtemperatur und Farbe habe und die sich nicht im Dimmern ändert. Das ist sehr wichtig und ich denke auch, dass ein Zuschauer das sehr wohl wahrnimmt, wenn du auf einmal kurz rot reinflackert oder irgendwas anderes ist. Andere Nuancen nimmt ein Zuschauer vielleicht nicht wahr, sondern nur der Designer. Aber ich sage mal so, ist der Designer mit dem Produkt glücklich, dann bin ich mir zu 100% sicher, werden die Zuschauer auch nichts mehr finden. Und deswegen natürlich, das, was der Designer sagt, ist für uns interessant, beziehungsweise auch natürlich Beleuchtungsmeister von Häusern wie Salzburger Festspielen, Bregenzer Festspiele, Landestheater Tirol. Da nehmen wir das Feedback natürlich sehr auf, denn das sind die, die wirklich dann in den Nuancen und ins Detail gehen und die feinen Sachen herausarbeiten und uns natürlich auch Tipps zu Verbesserungen geben. Wir sind dann ja auch ständig in Kommunikation mit den Herstellern. Ihr seid ja nicht der Hersteller, ihr seid ja nur der Vertrieb. Nein, aber wir sammeln natürlich das Feedback für die Hersteller ein, geben das auch weiter und versuchen natürlich auch gemeinsam mit den Herstellern in die Zukunft zu schauen und zu schauen, okay, was können wir an dem jetzigen bestehenden Produkt noch verbessern, sei es softwaremäßig, Teamverhalten noch besser zu machen, Lautstärken anzupassen von Lüftern in den Geräten drinnen und so weiter und so fort. Das ist gerade in Theatern oft ein großes Thema, die Lautstärke. Da sind wir natürlich immer bedacht, das zu optimieren und zu gucken, dass wir da einfach etwas Stimmiges haben. Das sind ja alles Standardprodukte, aber natürlich versuchen wir immer das Richtige zu finden und da auch weiterzuentwickeln, wenn wir die Möglichkeit mit dem Hersteller haben, da einen gewissen Schräubchen noch anzudrehen oder an der Software irgendwie zu schauen, dass man da noch etwas ändert und so weiter und so fort. Wohin spielt die Zukunftsmusik in der Brutsch? Das ist eine gute Frage. Es gibt ja immer so Peaks in der Veranstaltungstechnik. Also vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so irgendwie wie die LED-Walls dann irgendwie angefangen haben rauszukommen. Du hast am Anfang nur IMAX-Screens rechts und links von der Bühne gehabt, dann war es ein bisschen günstiger. Dann hat jeder angefangen, alles voll zu hängen mit LED-Wänden auf der Bühne. Da gab es dann einen Peak. Da hat man das Gefühl gehabt, jede Show, die man anschaut, ist eigentlich fast nur mehr eine reine Videoshow, umrahmt mit ein bisschen Licht. Und nach jedem Peak relativiert sich das dann wieder ein bisschen und es findet wieder in die Balance. Das war bei den Beam-Lights so, wie die rauskommen sind, von Klepaki, wie der Sharpie rauskam. Alles bei Sharpie. Hat man auf einmal überall nur mehr Beam-Gewitter und Beam-Schlachten gesehen und nach diesem Peak hat sich das wieder reduziert und man findet wieder ein Maß. Und wenn man die heutigen Produktionen anschaut, habe ich oft das Gefühl, es geht wieder ein Stück zurück. Nicht in der technischen Entwicklung, sondern einfach ein bisschen wieder in die Richtung, okay, weniger ist vielleicht doch mehr und über ein Bild mehr Gedanken zu machen, wie einfach nur alle Hebel auf den Tisch und volles Rohr raus. Es geht wieder mehr in diese Richtung. Natürlich, Technik spielt eine große Rolle, wobei ich glaube, dass auch die Qualität mittlerweile entscheidender ist wie die Quantität. Okay. Bei diversen Stückzahlen, RIGs und so weiter und so fort, da eben einfach mittlerweile die Leute oder gerade unsere Kunden auch sehr viel Wert auf die Qualität des Lichts legen, die aus diesem Scheinwerfer rauskommt. Das heißt, der CAI, Color Rendering Index, muss entsprechend hoch sein, um jemanden von vorne anleuchten zu können und den noch immer natürlich aussehen zu lassen und am besten so zu wirken lassen wie ein natürliches Tageslicht, sage ich jetzt mal. Und je höher dieser CAI, dieser Color Rendering Index ist, je besser ist einfach die Farbqualität, beziehungsweise je näher kommt es zu natürlichem Licht dran, weil das ist das, was man damit eigentlich aussagt. Bei einem CAI-Wert redet man eigentlich davon, dass man sagt, das ist ein gutes Licht? Höher 90 auf jeden Fall. Höher 90? Höher 95 noch besser. Also ich kenne es aus der Videobranche, da hast du immer so, ob 95 ist das Licht, okay. Deswegen sage ich auch, 95 ist natürlich perfekt. Höher 90 spricht man von einem guten CAI. 95 ist dann das, was wirklich Sinn macht, also gerade im Weißlicht-Bereich. Und darauf legen unsere Kunden vor allem sehr großen Wert, da wir vor allem im Theater-Podcast-Bereich zu Hause sind und das natürlich da eine große Rolle spielt. Aber im Rock'n'Roll-Bereich, fragst du immer noch CAI? Selten. Selten? Ja. Seltener. 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 Spielt natürlich im Rock'n'Roll-Bereich in dem Moment auf jeden Fall eine Rolle, wenn Kameras dabei sind. Ich kann gerade sagen, wenn ich eine DVD-Aufzeichnung habe oder habe eine Fernsehaufzeichnung oder irgend sowas, spielt das natürlich eine größere Rolle. Habe ich nur Live-Kameras bei einem Open-Air, die einfach nur, keine Ahnung, den Künstler nochmal in groß neben der Bühne zeigen, einfach um den Leuten das Gefühl zu geben, näher zu sein, dann ist es wahrscheinlich nicht so wichtig, weil dann zeichne ich ja nichts auf. Also im Rock'n'Roll definitiv weniger wie im Theater-Bereich. Es gibt aber mittlerweile die meisten Scheinwerfer entweder mit einer Weißlicht-Engine, die einen sehr hohen CAI hat, also meistens über 95 und eine, die einen niedrigeren CAI hat, dafür aber heller ist. Ach, das geht auf Kosten der Helligkeit? Das geht auf Kosten der Helligkeit, weil diese Engine natürlich, die Weißlicht-Engine dann anders beschichtet ist, sodass sie eben auf diese Farbtemperatur kommt oder auf diese Farbqualität oder Lichtqualität, die man benötigt. Und wenn man auf das verzichtet, da im Gegenschluss erhält man ein bisschen mehr Punch, weil ich ja meine Farbe nicht korrigieren muss, meine Lichtfarbe nicht korrigieren muss. Ah, okay, das heißt, das Leuchtmittel selber strahlt immer Frequenz von bis in einem gewissen Verhältnis ab und da, wo ich Pieks habe, versucht man das ein bisschen runterzunehmen, weil eine Pushen kann ich ja nicht. Das heißt, mit dem Coating holst du das runter. Kann immer nur. Richtig. Das ist immer wieder das subtraktive Thema. Ich kann das natürlich nur durch eine Beschichtung der Engine lösen, wie die aufgebaut ist, um das schon in der Engine selber entsprechend zu korrigieren. Ja, das habe ich auch. Da leidet dann natürlich die Helligkeit zumindest ein Stück weit drunter. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann 50% weniger sind, aber es ist schon wahrnehmbar und deswegen gehen auch viele im Frontlicht auf die höhere CAI-Zahl und im Gegenlicht auf die niedrige CAI-Zahl dafür mit mehr Punch. Um einfach im Gegenlicht Beams und so weiter besser darstellen zu können und da einfach nochmal diese Nuance mehr an Punch zu haben. Das heißt, auf die Frage hin ist die Antwort ganz kurz. Das, was sich ändert in Zukunft ist, dass man eigentlich sicher ein bisschen zurück sind auf etwas weniger, dafür qualitativ hochwertiger? Nein, gar nicht so. Ich glaube, die Reise grundsätzlich, es wird immer alles integrativer. Das heißt, der klassische Lichtdesigner, den gibt es ja so nicht mehr. Es ist ja fast immer ein Showdesigner, weil Videoeinflüsse mit reinspielen, Pixelmapping, Beamshow, also es wird ja immer mehr vereint. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, zu gucken, nicht eine geile Lichtshow zu machen, eine geile Videoshow zu machen oder eine geile Lasershow. Ich glaube, die Mischung aus allem und das Integrative der einzelnen Tools miteinander ergeben dann das gute Bild. Und das ist auch das, was man eigentlich, wenn man sich Shows heute ansieht, in die Richtung geht es. Und das ist auch das, was man erwartet. Im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es Ausnahmen, klassische Rock'n'Roll-Bands wie Rolling Stones. Die können auch eine andere Herangehensweise haben und sagen, hey, wir machen jetzt wieder ganz klassisch Rock'n'Roll, wir nehmen wieder ein paar Licht, wie ja immer. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen, es geht sehr in die Richtung integrativ, alles aus einem Guss, nicht mehr einen, also ja, natürlich einen Videodesigner zu haben oder einen Lichtdesigner, aber die arbeiten halt mittlerweile viel mehr zusammen. Das ist meiner Meinung nach die Richtung, in die es geht. Man kann es jetzt gar nicht an der Technologie festmachen, sondern eher an deren Einsatz. Also im Sinne von, natürlich kann ich mit einem Laser immer 100% rausnageln, aber ich glaube, wichtig ist es, jedem Part der Show seine Zeit zu geben. Und manchmal steht das Video im Vordergrund, manchmal steht das Licht im Vordergrund, manchmal steht der Laser im Vordergrund, aber immer so, dass es ausgewogen ist und für den Zuschauer gut konsumierbar und bereichert nach Hause geht. Ich denke, das ist ein großer Punkt an der Digitalisierung am FOH. Man merkt doch mittlerweile, wie sehr diese Dinge zusammenspülen. Mittlerweile kannst du Resolume Arena super koppeln mit der Grand M-R und auch mit der Roadhog und die Leser-Beamer, alles mit dem X und so. Natürlich. Und das macht natürlich einen riesen Punkt aus. Aber im Vergleich zum Rock stelle ich im EDM-Bereich zum Beispiel fest, dass es immer weniger um den Künstler geht auf der Bühne, sondern mehr um die Show, während man im Rock hier scheinbar mehr wieder auf den Künstler geht, als wie auf das ganze Drumherum. Ja, es ist auch ein bisschen einfach dem Musikstil geschuldet, meiner Meinung nach. Nicht negativ gemeint, ganz im Gegenteil, aber es ist halt eine andere Musikrichtung. Denn bei EDM, naja, meistens steht DJ oder zwei, die haben ein Set vorbereitet, da spielen sie auch. Auf was soll ich mich dort fokussieren? Ich habe keine Band, die ich herzeigen kann. Es ist wenig Hand gemacht, es passiert halt alles elektronisch. Da ist natürlich der visuelle Impact nochmal entscheidender, wie bei einer Rockband. Ich sage jetzt mal, wie bei einer klassischen Rockband wie Toto. Da gehen die Leute hin wegen der Musik und sichern, oder 95 Prozent der Fälle ausschließlich wegen der Musik und wegen den Künstlern und nicht wegen der Lichtshow. Natürlich muss die Lichtshow entsprechend das Umrahmen und den Rahmen einfach bieten und das aufwerten im Bestfall. Aber normalerweise wird man nie von einem Toto besuchen, also die Lichtshow, das war das Beste an dem ganzen Konzert, das hat mich umgehauen, sondern es wird jeder sagen, ey, der Steve-Luc Hater kann schon gut Gitarre spielen. Also das ist so eher das Ding, in die Richtung, in die es geht. Und bei EDM ist es halt tatsächlich so, da geht es ja rein um diese Show. Das ist ja dieser visuelle Impact, der auch von den Menschen, die dort sie Tickets kaufen, gewünscht ist. Die erwarten das, wenn sie dort hingehen. Da geht es nicht darum, ob der DJ A ein bisschen einen besseren Übergang mixt wie der DJ B, ist völlig uninteressant. Da geht es um das Gesamtpaket. Und das ist vor allem synkbar. Rockmusik ist nicht synkbar. In den seltensten Fällen synkbar. Oder Livemusik halt. Und beim DJ, du weißt genau, was kommt. Genau. Deadmau5 ist, glaube ich, eines der größten Paradebeispiele, der das wirklich an Point mit seinem Cube und die LED Wall und dann das Licht dazu. David Guetta, ganz dasselbe. Die Shows sind ja ikonisch. Das ist auch fett. Man kann das ja super anschauen. Ich finde das selber beeindruckend. Keine Ahnung, wenn ich mir große EDM-Festivals angucke, um ein Beispiel aus Österreich zu bringen, Electric Love in Salzburg. Wenn du dir das anschaust und ihre Opening Ceremony guckst, beeindruckend. Und die machen das auch richtig gut, mit Liebe zum Detail. Und das ist halt richtig fett. Aber am Ende vom Tag spielt dann auch keine große Rolle, welcher DJ dort steht. Also du gehst ums Festival. Du gehst nicht auf das Konzert von einem DJ, sondern du machst zum Electric Love, weil grundsätzlich das Electric Love das Ding ist, zu dem du möchtest. Und nicht zum Künstler. Damit die besser schirren und das Licht. Natürlich freuen sich die Leute, je größer der Künstler ist, der dann dort steht. Aber normalerweise sind ja eh Weltstars dort Headliner. Und ob es jetzt der Weltstar A oder Weltstar B ist, ist in der EDM-Szene meistens dann nicht mehr ganz so relevant, wie du bei anderen Festivals hast. Bei Rock'n'Roll-Festivals, weil da gehen schon Fülle, wenn Metallica Headliner ist, gehen Fülle wegen Metallica hin und nicht, weil es das ein Oberrock-Festival ist. Natürlich auch. Aber ich glaube, die Verhältnisse sind da andere. Und es ist der Rock'n'Roll halt immer noch mehr handgemacht wie EDM. Und das spielt sie auch in der Bühnenshow meistens wieder, finde ich. Findest du, spiegelt sich das nach Programmierung und in dem Tun am FOH auch wieder? Also ist beim Rock'n'Roll auch am Pult mehr Rock'n'Roll und Just Do It? Oder ist das... Sehr ektabhängig, meiner Meinung nach. Basking-Shows, also Live-Drücken, findet man, glaube ich, im Rock'n'Roll gleich oft wie bei EDM. Gibt ja genügend Lichtdesigner, die auch Bock haben, Live zu drücken. Und gar keine Timecode-Show zu machen. Also die hätten die Möglichkeit, alles per Timecode zu machen, wollen das aber gar nicht, weil für sie dann das Handwerk verloren geht. Und das ist auch nachvollziehbar. Und wenn ich diese hundertprozentige Präzision von einem Timecode nicht benötige, dann stellt sich die Frage, ob ich ihn brauche. Bei gewissen Dingen ist es unumgänglich, weil wenn was wirklich Zeit drauf sein muss und da mehrere Gewerke zusammenspülen und das alles gesynkt sein muss und so weiter, ja, dann kommt man um Timecode fast nicht herum. Oder um irgendeine Möglichkeit, das zu synchronisieren. Aber gerade bei Rock'n'Roll-Bands, die vielleicht nicht immer jede Nummer gleich lang spielen, die einmal, keine Ahnung, an Publikumsbad um acht Takte länger machen, wie sie es am Tag davor gemacht haben, weil das Publikum halt einfach noch viel besser mitgeht, da wäre das natürlich tödlich. Das heißt, es ist immer sehr bandabhängig oder künstlerabhängig, was von dieser Seite gefordert wird. Und dann ist es natürlich auch sehr vom Designer-Programmierer abhängig, wie er das dann machen möchte. Weil wenn eine Band diese hundertprozentige, oder dem Künstler diese hundertprozentige Synchronität einfach das absolut Wichtigste ist, dann werde ich als Designer nicht sagen, oder ich als Lichtoperator nicht sagen, nee, aber komm, ich drücke es trotzdem bei Hand, weil ich werde es schon so treffen, wie dir das passt. Dann werde ich natürlich schauen, dass ich das so weit automatisiere, dass auf jeden Fall der Kunde glücklich ist. Bin ich aber mit einer Rockband oder mit einer Punkband unterwegs oder so, keine Ahnung, mit den Ärzten, wo man vorher nie weiß, was auf dieser Bühne passiert wird und eine Setliste maximal vielleicht ein grober Hinweis sein könnte, was denn am Abend auf der Bühne stattfindet, dann ist natürlich sowas schwierig und dann ist natürlich eine Basking-Show die wahrscheinlich angenehmere Sache und wird auch jeder Lichtdesigner dann einer durchprogrammierten Timecode-Show vorziehen, meiner Meinung nach. Im Großen und Ganzen. Super. Ich denke, wir haben einen super Einblick gekriegt. Was passiert, wenn man euch anruft und sagt, wir haben ein Problem? Wie ist der Werkflug? Ja, das kommt ganz drauf an, was das für ein Problem ist. Ganz viele Dinge. Also, da wir ja in unserer Service-Werkstatt gerade mit unseren altgedienten Marken, sage ich jetzt mal, wie ETC, H1 Systems, die wir wirklich schon ganz, ganz lange vertreiben und auch technisch betreuen, haben wir natürlich, sage ich jetzt einmal, einen großen Erfahrungsschatz und wissen oft schon, oder unsere Service-Menschen wissen ganz oft schon beim Anruf, was denn jetzt das Problem ist und man kann oft schon am Telefon weiterhelfen und sagen, hey, pass auf, probier mal das und das oder mach mal ein Software-Update oder wir schicken dir eine Platine zu, bitte tausch die einfach um oder schick uns halt das Gerät oder wie immer. Es ist immer sehr abhängig davon, was denn jetzt das Problem ist. Grundsätzlich wickeln wir Reparaturen ab, wie jede andere Werkstatt auch, sage ich einmal, also wir sind da jetzt nicht speziell, ist dein Gerät defekt und gehört es repariert, dann kann man bei uns ein RMA anfordern, es kommt zu uns in die Werkstatt, es wird repariert, es geht zurück an den Kunden und im Normalfall hat sich die Geschichte. Bei anderen Fällen brücken wir auch aus. Also es ist auch so, wenn zum Beispiel Service oder Wartung bei, keine Ahnung, 20 Lampen in einem Haus gemacht werden muss, dann macht es natürlich wenig Sinn, 20 Lampen auf Paletten zu packen und noch Steins zu schicken, dann macht es natürlich mehr Sinn, einen Techniker mit ein paar Ersatzteilen und mit seinem Werkzeugkoffer bewaffnet loszuschicken und zu sagen, hey, fahr da zwei doch hin und guck dir das bitte dort gemeinsam mit dem Kunden an und das machen wir natürlich auch. Cooler Service. Genau. Also wir machen sowohl das als auch das. Je nachdem, es ist sehr individuell und sehr kundenspezifisch. Super. Wenn ein Kunde jetzt sagt, hey, ich habe jetzt ein großes Haus, da hätte ich gerne das und das, dann kommst du? Wir hören uns einmal grundsätzlich an, wir versuchen einmal herauszufinden, um was geht es denn da wirklich, was sind denn für Anforderungen, welche Distanzen haben wir mit unseren Scheinwerfern im Schuss zu überwinden, was passiert dort, was wird dort aufgeführt, welchen Qualitätsanspruch hat das Haus an die Scheinwerfer und natürlich am Ende vom Dock ist es auch immer eine Budgetfrage, wie überall. Und dann schauen wir halt, dass wir das passende Produkt finden. Meistens passieren dann Shootouts, wo wir und andere Vertriebe eingeladen werden, um ihre Sachen zu präsentieren und auch miteinander zu vergleichen. Und es ist dann meistens einfach ein Prozess, denn eins muss man ganz klar sagen, wir leben im Jahr 2024, alle Lampenhersteller, die in einer gewissen Range spielen, bieten gute Qualität. Und es gilt dann vor allem herauszufinden, was brauche ich und wo kann ich Abstriche machen, denn am Moving Light, wenn man sich die Bauform anschaut, dann bewegen sich da drinnen mechanische Teile. Es fahren Linsen von A nach B, Zoom-Linsen, Fokus-Linsen, es fahren Frostfilter rein und raus. Im Theaterbereich hat man Framings, also ich kann mit Blades meinen Beam abschatten, das heißt Objekte, sehr fokussiert rausarbeiten und beleuchten. Und je nach Hersteller gibt es dann natürlich andere Punkte, die vielleicht nicht zu 100% ideal funktionieren, denn überall, wo Linsenpaare oder wo Linsen in einem Gerät spazieren fahren, kann ich vielleicht eine Go-Ebene nicht mehr zu 100% scharf abdecken oder ein Animationsrad. Kommt dann immer auf die Positionierung der einzelnen Teile drauf an in dem System und je nachdem, was mir dann zusagt und wo ich dann sage, okay, da habe ich jetzt vielleicht ein kleines Zoom-Problem, die Lampe kann power-bedingt ein bisschen weniger zoomen, aber ich brauche den ganz engen Zoom eh nicht, deswegen kann ich auf das verzichten. Also am Ende vom Tag, es gibt viele gute Hersteller. Aber jeder hat seine Features, wo er vielleicht ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal hat oder bessere Lichtqualität oder bessere Farbmischung oder schönere Go-Vo-Darstellung, schärfere Kantendarstellung bei Framings. Also man müsste das dann wirklich oder man müsste nicht nur, wir tun das auch, im Detail dann vergleichen und dann muss sich der Kunde entscheiden, was ihm am meisten zusagt, was das Beste ist, was sein Budget zulässt und dann finden wir im Normalfall das richtige Gerät. Das heißt, das Schlaue ist eigentlich, wenn man was braucht, dass man es nicht so macht, wie wenn man krank ist, bevor man zum Arzt geht, googelt, sondern dass man einmal den Martin Sniver anruft und sagt, pass auf Martin, wir haben die und die Idee, das brauchen wir, kommst du bitte einen Sprung vorbei. Genau. Und wie erreicht man die? Genau. Man kann mich über unsere Homepage www.preworks.at stehen meine Kontaktdaten drauf, bin telefonisch und per E-Mail zu erreichen, sind alle auf unserer Homepage nachzulesen und natürlich kann man sich auch vorher im Internet schlau machen. Es bringt ja auch uns was, wenn ein Kunde kommt und sagt, hey, ich habe mir da schon was angeschaut, ich könnte mir vorstellen, das oder das Gerät, was meinst du denn dazu? Meistens können wir dann auch dazu sagen, glaube ich, passt gut in dein Haus und für die Anwendung, die du vorhaust, dürfte es relativ gut sein oder sagen, hm, weiß ich nicht, fällt mir vielleicht was Besseres ein. Das kommt halt immer darauf an. Natürlich macht es Sinn, wenn der Kunde ein bisschen informiert ist im Vorhinein, meistens sind es ja auch Fachkunden, also ein Beleuchtungsmeister von Anna-Opa Graz, der weiß ja im Grunde, was er vorhat, was er möchte und das ist jetzt, wir verkaufen ja selten an, ich sage mal, Nicht-Fachkunden. Das heißt, die meisten kennen sich ja aus und haben eine Idee, was sie damit vorhaben und kommen auch mit einer konkreten Vorstellung und wissen auch, was unsere Scheinwerfer können und wissen auch, was die Scheinwerfer der Konkurrenz können. Und da geht es dann einfach um Nuancen und um zu schauen und natürlich auch, wie gesagt, die Nachhaltigkeit ist auch da ein großes Thema. Es bringt mir nichts, wenn ich heute einen Scheinwerfer kaufe und ihn zum Service, keine Ahnung, nach Finnland schicken muss, weil dort die einzige Firma sitzt, als Beispiel, das ist jetzt aus der Luft gegriffen. Hier konnte ein RMA in Italien liegen und kein Mensch weiß, wenn das Deckdruck kommt. Genau. Und das ist der Punkt und deswegen, das ist auch das, was immer für uns spricht, dass wir einfach eine sehr hohe Servicequalität haben und dass wir versuchen, alles in-house abzugleichen und einfach abzudecken und zu schauen, dort dem Kunden einfach so schnell als möglich, ein repariertes Gerät bieten zu können oder Ersatz oder irgendeine Lösung, mit der er weiterarbeiten kann. Und genau eben diese Situation nicht zu haben, dass ich ein Gerät nach Italien schicke und vier Wochen gar nichts höre und da stehe und sage, wie jetzt? Weiß jetzt nicht, was jetzt passiert. Genau so ist es. Super. Und da versuchen wir natürlich anzusetzen und da versuchen wir auch, uns weiterzuentwickeln und das auch immer auf einen höheren Standard zu heben und da einfach abzuliefern und zu gucken, dass unsere Kunden da glücklich sind und ja, das ist unser Hauptziel dabei. Wir haben einen super Einblick gekriegt. Einerseits, was ihr bei PreWorks macht und andererseits, wie du zu PreWorks kommen bist, was ihr auch alles macht und woher du das alles weißt. Das ist ja etwas, das lernt man ja nicht einfach vom Papier, sondern das muss man einfach von der Picke auflernen. Genau. Und das ist ja das, was die Branche ausmacht im Prinzip sind alles Nerds. So ist es. So ist es. Und beglücken uns gegenseitig mit dem Wissen. Aber meistens sehr angenehme Nerds. Genau. Das ist wirklich so, ja. Das ist wirklich so. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich für die Einladung. Ja, gerne. Und ich muss ja zugeben, der Martin hat ja gerade etwas mitgebracht und jetzt werden wir damit weiterspielen. Wir haben nämlich die Hydra. Astera Hydra Panel, ja. Genau. Astera Hydra Panel jetzt haben wir unsere Kameras auf dem EMG-Bereich und da bin ich jetzt schon sehr gespannt damit. Kannst du sein. Das ist ja dann aufgeladen. Wir haben jetzt aufgeladen der Wallen und jetzt werden wir noch ein bisschen spülen damit. Ja, unbedingt. Schauen wir uns noch im Detail an, was das Gerät alles so zu bieten hat. Spitze, ich danke dir. Ciao. Ich sage danke. Schönen Tag und schönes Wochenende. Heute ist Freitag. Und falls ihr noch Zeit habt, wir haben noch ein paar Folgen für euch aufgezeichnet. Schon einfach abonnieren, schauen Spotify, YouTube, überall sind wir drauf. Ciao. Sie hörten Backstage mit Strelle. Eine Produktion von Strelle Records aus Klagenfurt am Wörthersee. Produziert von Daniel Götzinger. Ton und Bildschnitt Moritz Kuschah. Redaktion und Projektmanagement Marvin Wagner. Set Design und Aufzeichnung Daniel Götzinger. Einsendungen aller Art an podcast.strelle.at. Weitere Informationen unter www.strelle.at.